Hallo und herzlich willkommen bei meinem Kopfhörer-Vergleichsvideo. Ich suche Kopfhörer, die ich sowohl im Zug als auch im Flugzeug als auch mit Bluetooth mit meinem Handy verwenden kann. In einer Angebotsaktion habe ich mir die Bose QuietComfort SE bestellt, die sind baugleich mit den 45ern. Da hat sich dann herausgestellt, dass man das aktive Noise Cancelling total auf den Ohren drückt, also irgendwie ist da Druck drauf, meine Ohren fühlen sich komisch an, mir wird leicht schwindelig nach einer Zeit und dann wollte ich das abschalten, das Active Noise Cancelling, das geht leider nicht, da kann man einen Aware-Modus einschalten, aber direkt abschalten kann man es nicht. Als Lösung habe ich mir dann die QuietComfort 35 II bestellt, weil ich gelesen habe, dass man da das Active Noise Cancelling abschalten kann. Ja, das habe ich dann auch gemacht und dann hat sich herausgestellt, dass wenn man das Active Noise Cancelling abschaltet, dass dann auch der Verstärker der Kopfhörer ausgeht oder sich verändert, also von Bessen oder Mitten hört man da nichts mehr, also eine Gitarre, ein Gitarren-Solo, richtiger Bass bei Musik ist einfach nicht mehr vorhanden. Dazu muss das Noise Cancelling aktiviert sein, damit man Bass hat in der Musik, also Katastrophe. Dann habe ich mir von einem bekannten alten Sony Noise Cancelling Kopfhörer ausgeliehen, um die im Vergleich zu testen, stellt sich heraus, bei diesen Kopfhörern kann ich nicht fest genau sagen, wann das Noise Cancelling aktiviert ist und wann es nicht aktiviert ist, also keine Ahnung. Die Soundqualität ist in Ordnung, aber ansonsten kann ich dazu nichts sagen. Ich glaube auch, dass die keinen Bluetooth haben, ich habe die nur mit Kabel getestet. Als Lösung habe ich mir dann die Audio Technica, die 50er bestellt, Studio Kopfhörer. Die haben das Problem, dass die sehr stark drücken an den Ohren, also nicht wie die Noise Cancelling Kopfhörer mit Active Noise Cancelling Druck, sondern physikalischer Druck auf den Ohren und da kann ich vielleicht drei Lieder hören, vier Lieder hören. Dann muss ich die abnehmen, weil der Druck zu stark ist und 180 Euro ist es einfach nicht wert. Dann habe ich mir als Lösung die Austrian Audio Kopfhörer bestellt und nach ersten Lieferschwierigkeiten sind die dann doch gekommen. Ich habe sie gestern ausprobiert, aber habe sie eingeschaltet. Ich konnte sie nicht mit meinem Handy verbinden. Das Bluetooth hat die Kopfhörer nicht gefunden, obwohl sie im Pairing Modus waren, also die funktionieren nicht. Zusammenfassend lässt sich sagen, kannst Noise Cancelling nicht deaktivieren, Druck auf den Ohren. Schlechte Musik ohne Noise Cancelling funktioniert überhaupt nicht, Druck auf den Ohren und keine Ahnung, wann da Noise Cancelling aktiviert ist. Ich habe mir jetzt die Sony XM4 bestellt, nachdem ich die gestern in Mediamarkt getestet habe und die haben einen guten Klang, auch bei deaktiviertem Noise Cancelling. Und jetzt schauen wir mal, wie es mit denen ist, aber diese alle sind echt katastrophal.